Ein neues Gesicht und ein Modell einer aussterbenden Art. Vor mir und vor der Kamera steht der DFM 144U Tour, das ist der ganze Name, ein Van von Dongfeng Motors aus China. Und den schauen wir uns an, wir fahren in Probe, wir checken die Familientauglichkeit und natürlich erzähle ich auch, was er kostet. Damit herzlich willkommen hier bei Autonotizen mit mir, dem Bernd und einem neuen Van. Das ist doch außergewöhnlich. Das ist doch außergewöhnlich. Das ist doch außergewöhnlich. Der klassische Van ist so gut wie ausgestorben. Der Volkswagen-Konzern hat Scheran und Alhambra eingestellt. Dann gibt es den Ford Galaxy und S-Max nicht mehr. Wer sieben Personen oder bis zu sieben Personen transportieren will, der greift entweder zu einem der vielen SUV mit optionaler dritter Sitzreihe und zwängt sich dann da hinein oder muss eine Klasse höher einsteigen, die dann auch teurer natürlich ist. Da geht es um Autos wie den Mercedes-Benz Vito oder die V-Klasse, den VW Multi-Van, die Stellantis-Busse oder den Hyundai Staria, also diese Großraum-Vans und Kleinbusse. Jetzt kommt Dongfeng Motors um die Ecke. Die Marke DFM Forcing ist neu auf dem deutschen Markt, wird hier von einem Importeur vertrieben und bringt neben einem SUV auch einen siebensitzigen Van. Das ist der DFM Forcing 4 U-Tour. So heißt er mit vollem Namen. Und der streckt sich auf 4,85 Meter in der Länge und bringt sieben Sitze mit einem recht noblen Innenraum mit. Das schauen wir uns gleich an. Aber erstmal kurz zum Exterieur und zur Technik. Das Design ist typisch asiatisch. Wir sehen hier so einen großen Grill, eingelassen hier mit einer silbernen Umrandung. Das hat so ein bisschen Lexus-Style, aber erinnert eben auch an viele Vans aus dem Toyota-Konzern wie dem Alphard und anderen, die in Asien ja sehr populär sind. Das hier noch unbekannte Markenzeichen mit dem Löwen im Wappen ziert auch ihn. Und dann haben wir hier die Scheinwerfer, die dann auch so ein bisschen so ein Peugeot-Zitat dann hier an der Seite auch das Tragverlicht nach unten verlängern. Dongfeng Motors ist ein großer Konzern in China, ist Kooperations- und Joint-Venture-Partner auch von Citroën und Peugeot sowie von Honda und Nissan. Außerdem baut Dongfeng Motors übrigens das Auto, was bei uns als Dacia Spring herumfährt, also ein kleines Elektroauto, was dann dort auch als Dongfeng und Renault in China verkauft wird. Und elektrisch ist der Van nicht angetrieben. Er hat einen 1,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner unter der Haube. Der leistet 130 kW oder 177 PS, treibt die Vorderräder an und serienmäßig ist ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe eingebaut. 4,85 Meter lang ist er, das sagte ich schon. Wir haben keine Schiebetüren hinten, sondern Klapptüren, die sehr groß sind. Das wäre natürlich in engen Parklücken noch schöner, wenn eine Schiebetür hier dran wäre, aber wir schauen uns eben gleich an, wie kommt man rein und raus. Das Design ist nicht nur an der Front so ein bisschen, ja, bling-bling-mäßig mit dem Grill, sondern wir sehen auch goldene Einlagen hier an den Leichtmetallfelgen. Also da würde er dann schon sehr, sehr schick wirken. Der Van aus China am Heck, ein relativ klarkes Design mit schmalen Rückleuchten. Wir haben so ein durchgehendes Band, den hier noch unbekannten Markenschriftzug und dann die Kennzeichenmulde mit dem Taster, um die Heckklappe zu öffnen. Das funktioniert elektrisch und jetzt sehen wir gerade mit einer aufgestellten dritten Sitzbank einen sehr überschaubaren Gepäckraum. Das ist natürlich bauartbedingt, in vielen Vans auch so. Da wird man jetzt hier vielleicht so ein Handgepäck-Trolli und noch Kleinkram unterbringen. Es gibt dann hier noch ein Ablagefach in der Mitte und eins links unter dem doppelten Ladeboden. Und das wirkt hier alles schön hochwertig gemacht. Hinter der Ladekante geht es eben auf den Boden. Eine 12-Volt-Steckdose haben wir hier unten. Klappen wir die dritte Reihe mal um, dann sehen wir, was hier entsteht. Nämlich ein ebener Ladeboden. Dann gibt es hier auch so Auflagen mit Teppich, dass dann da so nichts hängen bleibt, wenn man was durchlädt. Das ist schon ganz smart gelöst. Und dann können wir auch gleich mal hier seitlich reinblicken. Wir sehen an den Armauflagen hier so ein Mikrofasermaterial. Das fühlt sich ganz angenehm an, außer dem Becherhalter, Ablagefach. Und wir haben dann auch hier unter den Seitenfenstern Lüftungsausströmer, dass die Personen, die hier hinten sitzen, dann eben auch mit Frischluft versorgt werden. Also das ist dann der erweiterte Kofferraum. Wir sehen schon zwei Einzelsitze in der zweiten Reihe. Und ich würde sagen, die Sitzreihe startet jetzt. Natürlich werden da auch die hinteren Sitze gecheckt, die ich davor natürlich wieder aufstelle. Und damit geht es dann los in den Innenraum zum Check der Familien- und Reisetauglichkeit im Benziner-Van aus China. Könnte schlimmer sein. Vor allem, wenn man 1,92 Meter groß ist, so wie ich. Die dritte Reihe ist ja oft für Kinder geeignet. Manchmal auch extra für kleine Personen ausgewiesen. Und auch ich habe ja natürlich mit Kniefreiheit zu kämpfen und Kopffreiheit. Aber es ist schon einigermaßen okay. Also auf kurzen Strecken können ja auch große Menschen mitfahren. Auf längeren dürften auch kleinere, jugendliche Kinder dann hier zurechtkommen. Es gibt eben auch die Becherhalter, wie gesagt. Die Sitze selber sind echt bequem. Das Material fühlt sich auch gut an. Das ist auch hier so ein Kunstlederbezug mit Stoff. Wir sehen das Löwensymbol in den Kopfstützen und hier den Forcing-Schriftzug. Also alles ganz schnieke. Eine Kopfstütze in der Mitte gibt es auch. Leider gibt es hier keine Isofix-Verankerungen. Das wäre natürlich noch die Creme de la Creme. Aber die gibt es auf den Vordersitzen. An deren Rückseite gibt es dann hier auch Ablagetaschen für Smartphones, Taschentücher und so weiter. Und dann ist hier hinten schon durchaus ein brauchbarer Van-Komfort geboten. Ein bisschen schade ist, dass es mit den Einzelsitzen keine wirkliche Funktion gibt, hier einfach den Sitz nach vorne zu klappen. Wir haben das hier gerade elektrisch nach vorne gestellt. Beim Ein- und Aussteigen muss man also dann zwischen den Sitzen raus. Das ist übrigens beim Hyundai Staria Signature auch so. Und wie dieser hat der DFM-Forting vor zwei Luxus-Sessel in der zweiten Reihe. Und die checke ich jetzt. Hier kann man es sich schön bequem machen, vor allem wenn man die elektrische Verstellung des Sitzes nutzt, ihn weiter nach hinten zu fahren. Das habe ich jetzt gerade getan. Das heißt, dann habe ich auch weniger Kniefreiheit als ich gerade hinten gezeigt habe. Das muss natürlich jetzt in Sachen der Transparenz sein. Aber dann kann ich hier echt bequem sitzen, auch schön aufrecht sitzen. Und ich bin nicht zu weit an der Türverkleidung dran. Das ist ja oft bei Vans so mit drei Einzelsitzen, dass man dann so in der Plastikverkleidung hängt. Das ist hier nicht so. Und wenn man trotzdem noch möchte, kann man dann auch den Sitz hier in der Querposition manuell verändern. Der Rest geht elektrisch und wir sehen es dann schon hier unten am Bedienelement. Wir haben auch eine Sitzheizung und Sitzlüftung für die Passagiere in der zweiten Reihe. Das ist echt nobel und luxuriös. Abendlinien gibt es auch, die verstellbar sind. Dann haben wir hier an den Innenseiten einen USB-Steckplatz für jeden Sitz. Und dann hier so ein Fach, wo man das Smartphone dann zum Beispiel verstauen könnte. Also das ist schon Business Class Style. Lüftungsausströmer gibt es hier hinten. Dann auch ein Bedienelement, um die Klimaanlage zu bedienen. Und dann sehen wir da unten eine 12-Volt-Steckdose und einen USB-Steckplatz. Flugzeugstyle hat auch diese Ablage hier an der Rückseite des Vordersitzes. Wesentlich komplexer und echt massiv ist dann aber hier der Klapptisch. Also das ist schon sehenswert. Da wackelt nichts, da scheppert nichts, hätte mancher Ex-Auto-Boss gesagt. Hier sehen wir richtig stabile Auffängungen. Und auch im Gegensatz zu vielen anderen Tischchen in anderen Autos ist es hier wirklich solide und brauchbar. Also das sieht alles ganz schick aus. Wir haben helle Farben, wir haben ein angenehmes Material. Hier sind dann Isofix-Bügel auf den beiden Sitzen. Und wir haben auch eine ausreichende Kopffreiheit, obwohl wir ein Panorama-Glasschiebedach hier drin haben. Und das ist echt auch eine riesige Glasfläche. Das kann ich mir vorstellen, dass Kinder dann da auch entspannt nach oben schauen, wenn man nachts fährt. Irgendwie vielleicht in Richtung Vollmond oder so. Und dann da nicht mehr fragen, wann sind wir endlich da. Schauen wir noch in die Türverkleidung hinein. Da sehen wir einen recht interessanten Farbmix. Hier oben ist so ein rot-brauner Ton. Dann haben wir eine Fake-Holzeinlage, würde ich mal sagen, weißen Kunststoff. Und dann hier auch das Material wie auf den Sitzen in Grau mit so einer orange-gelbenen Kontrastnaht. Ein bisschen Klavierlack fehlt in so einem Auto heutzutage leider auch nicht. Und dann haben wir unten eine Türtasche mit Flaschenhaltern. Also hier hinten ist schon echt alles geräumig gemacht und auch ordentlich verarbeitet. Die Tür selber ist extrem lang, deswegen kommt man auch gut rein und raus. Bedeutet aber auch, dass so eine lange Tür natürlich dann großen Abstand braucht zur Garagenwand, zum Nachbarn. Das heißt, bei engen Parklücken muss man sich dann da halt so ein bisschen rein und raus schälen. Ich schäle mich jetzt auch wieder rein und zwar vorne in die erste Reihe. Wie hinten gibt es auch hier vorne Kopfstützen, die man seitlich so arretieren kann. Das ist ganz angenehm. Dann kann man nämlich hier schön auch das Haupt ein bisschen abstützen. Beide Vordersitze sind elektrisch einstellbar. Das Lenkrad lässt sich in der Weite und in der Höhe einstellen. Und aufgrund der hohen Position innen kann ich, obwohl das Lenkrad gerne ein bisschen weiter nach draußen kommen könnte, hier echt eigentlich eine ganz bequeme Position finden, dass meine Beine, dass der Fußraum nicht zu kurz ist, dass ich dann hier schön hinter dem Lenkrad sitzen kann. Die Armlehne ist hier in die Mittelkonsole integriert. Die schwebt frei. Darunter haben wir große Ablagemöglichkeiten und auch Stromanschlüsse. Was leider fehlt, ist eine induktive Ladeschale für das Smartphone. Das Drei-Farben-Ambiente gibt es auch hier im Cockpit. Das entspricht in seiner Form und Struktur dem des SUV-Bruder, dem DFM Ford SING 5. Das heißt, wir haben hier oben so eine matte Oberfläche. Ist ganz gut, dass das Sonnenlicht nicht zu stark spiegelt. Runde Lüftungsdüsen, die extrem an Mercedes-Benz-Fahrzeuge erinnern. Und dann haben wir hier auch so eine Holzimitatleiste. Hier so eine kleine Klappe, das ist ganz praktisch. Denn wer möchte, kann hier einen Smartphone-Halter hineinhängen und dann da eben das Smartphone sicher arretieren. Es gibt ein großes Handschuhfach vor dem Beifahrersitz und weiter mittig. Dann hier die Mittelkonsole. Das finde ich jetzt ein bisschen zu viel. Diese Marmor-Optik. Immerhin besser als Kavirlack, weil nicht ganz so offensichtlich staubanfällig zumindest. Auf der Mittelkonsole gibt es zwei Becherhalter. Den Wählschalter für das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, die elektrische Parkbremse, den Bergabfahrkontroller haben wir und da kann ich hier auch Fahrmodi einstellen. Außerdem sehen wir dann hier das Element, um die Klimaanlage zu bedienen. Das ist eine manuelle Klimaanlage. Das heißt, ich habe hier eine Zone für Fahrer und Beifahrer. Kann es dann hier so die Temperatur ändern und dann kann ich hier auf Tastendruck dann hier auf die hintere Reihe stellen. Da hatten wir das Bedienelement gesehen und hier gibt es auch noch so eine Luftfilterfunktion. Gehen wir mal dann auf das Sitzmenü. Da sehen wir, dass ich hier Fahrer- und Beifahrersitz ventilieren oder heizen kann. Da gehe ich dann hier drauf, jeweils dreistufig. Und das Gleiche auch beim Beifahrer. Außerdem kann ich dann hier auf die Mittlerersitzreihe umstellen und das Gleiche dann auch von hier steuern. Wenn vielleicht die Gäste hinten fragen oder den Knopf nicht finden, kann ich das dann auch von hier vorne steuern. Außerdem kann man hier auf dem Fahrersitz eine Sitzmassage installieren. Das ist natürlich nicht schlecht. So, und das geht alles hier über das Menü. Ansonsten ist ein recht limitiertes Multimedia-Menü. Ich kann das Telefon verbinden über Bluetooth und dann gibt es auch noch eine Carbit-Link-Funktion. Da muss ich dann aber eine App aufs Smartphone laden und dann kann ich hier die Inhalte auch nutzen. Und wenn wir hier mal auf Einstellungen gehen, dann sehen wir, dass wir zum einen das Display hier einstellen können. Da gibt es einen Tag-und-Nacht-Modus, der unterscheidet sich aber einfach so ein bisschen in der Helligkeit. Und dann kann ich hier Klang-Einstellungen rudimentärer Art vornehmen und eben auch den Equalizer bedienen. Dann habe ich hier auch so Programme, Poprock, Klassik und so weiter und so fort. Bei Connect ist interessant, dass das Auto auch einen Hotspot bietet und man dann eben hier über den Auto-Hotspot online gehen kann. Welche Daten da wo gespeichert werden, entzieht sich aber meiner Kenntnis. Und dann haben wir hier eben auch die Bluetooth-Verbindung, kann dann da hier das Telefon bedienen. Kommen wir mal zu den Auto-Einstellungen und da ist ganz interessant, was hier alles geboten ist an Ausstattung. Es gibt eine automatische Sitzheizung, die kann ich dann hier einstellen, wenn eine Außentemperatur niedriger als ein bestimmter Betrag ist, sagen wir mal 9 Grad, dann sollen nur der Fahrerplatz, der Beifahrersitz oder dann auch die mittleren Sitze geheizt werden automatisch. Und das Gleiche geht auch bei der automatischen Sitzventilation. Das ist natürlich schon echt ein Komfortmerkmal. Das finde ich eine ganz gute Idee. Kann man also alles hier steuern. Fahrassistenz, da bietet er auch einiges. Wir haben einmal einen Frontkollisionswarner, den kann ich hier in seiner Sensibilität einstellen. Wir haben einen Spurwechselassistenten, das heißt, der meldet sich dann, wenn Fahrzeuge im toten Winkel zu erkennen sind und deswegen der Spurwechsel nicht sicher ist. Wir haben eine Türöffnungswarnfunktion natürlich auch wichtig und wir haben verbunden mit dem Totwinkelwarner dann einen Querverkehrswarner. Das heißt, beim Ausparken meldet er sich, wenn hinten eben Verkehr kommt. Außerdem haben wir einen Fernlichtassistenten und ein Lane Departure Warning System, also der Spurverlassenswarner, den kann ich hier dann auch noch einstellen. Also da ist schon einiges drin in Sachen Fahrassistenz. Über das Multifunktionslenkrad kann ich auch direkt die 360-Grad-Kamera ansteuern und mir dann verschiedene Aufnahmen aussuchen bis hin zum Rad, 3D, 2D, wie auch immer, was ich alles haben möchte. Am Lenkrad selber gibt es physische Bedientasten und man blickt dahinter auf ein digitales Kombi-Instrument. Da gibt es dann nicht allzu viel einzustellen. Wir haben hier einmal den Luftdruck der Reifen und dann auch die Fahrassistenten. Außerdem kann ich dann über das Lenkrad auch die Geschwindigkeitsregelanlage einstellen. Die hat aber keine adaptive Abstandshaltefunktion. Das fehlt ihm noch. Also das geht alles hier und dann kann ich auch die Audio-Lautstärke, das ist jedes Phon und so weiter, das dann hier alles bedienen. Die Verarbeitung ist ordentlich, alles fühlt sich ganz gut an. Der Style ist natürlich jetzt hier ein bisschen asiatisch eben mit diesem Fake-Holz und dem Fake-Marmor, aber daran kann man sich gewöhnen. Vor allem, wenn man den Preis vom Auto hört, den verrate ich aber später erst. Wir starten jetzt zur Probefahrt. Los geht die Probefahrt. 285 Newtonmeter, maximales Drehmoment, werden auf die Vorderräder entlassen. Dann fahren wir jetzt hier bergauf. Der Motor hat dann schon ein bisschen zu kämpfen. Wir haben ein großes, schweres Auto, aber der Van fühlt sich nie untermotorisiert an. Und was mir echt gut gefällt, ist das Fahrwerk. Es bietet einen hohen Komfort, aber das Auto wangt nicht oder reicht sich nicht so stark zur Seite. Und die Lenkung, die bietet auch ein gutes Feedback. Also man kann es hier sogar richtig halbwegs dynamisch um Kurvenkombinationen fliegen lassen. Man sollte sich natürlich bei vollbesetztem Auto dann mit den Mitfahrern absprechen, dass denen dann nicht irgendwie mulmig im Magen wird. Aber es ist echt angenehm, das Auto zu fahren. Die Sitze sind bequem. Und ich sitze jetzt hier mit aktivierter Sitzmassage. Es gibt verschiedene Programme, verschiedene Stärken. Im Moment läuft mir eine Katze den Rücken hoch und runter, also Catwalk. So heißt das Programm in der maximalen Stufe. Und ich als Sitzmassage-Fan kann sagen, dass das besser funktioniert, als in manch anderen Autos etablierter Hersteller. Die Aussicht ist gut. Die Windschutzscheibe ist hier weit vom Fahrer weg. Wir haben dann hier noch so Zusatzfensterchen. Das heißt schmale, gefühlt schmale A-Säulen. Das ist eine gute Rundum- und Aussicht. Auch die Aussicht nach hinten durch den Innenspiegel passt. Aufgrund des steilen Heckfensters, das auch groß genug ist. Also alles in allem echten sehr guter erster Fahreindruck, den der Forcing4U-Tour hinterlässt. Der Verbrauch allerdings, der ist laut Anzeige des Bordcomputers weit über der 10-Liter-Marke auf 100 Kilometer. Und obwohl wir eine Start-Stop-Automatik haben, die dann beim Stillstand zumindest den Motor eben ausknipst, sofern die Klimaanlage nicht viel zu arbeiten hat, da wird sie schnell überstimmt, ist also der Verbrauch hier definitiv nicht zeitgemäß. Das ist ein bisschen schade. Immerhin kostet das Auto ja nicht viel. Und dann kann man eben das eingesparte Geld dann da, was natürlich nicht im Sinne des Umweltschutzes ist, dann da in Sprit investieren. Also das ist der Wermutstropfen. Außerdem ist das Lautsprechersystem auch kritikwürdig, denn es klingt einfach so ein bisschen blechern. Und an diesen beiden Punkten könnte der Hersteller gerne nachlegen. Ansonsten ist es hier echt ein angenehm zu fahrendes Familienauto. Aber wie wir eben gesehen haben bei der schnelleren Kurvenkombination, wenn man dann als Mutter oder Vater das Auto auch mal alleine hat, auf dem Weg abends vom Büro nach Hause oder so, dann kann man sogar auch so ein bisschen was wie Fahrspaß entwickeln. Spaß werden wir jetzt auch haben, und zwar beim Fazit, denn da fahren wir jetzt hin. Das muss man sich jetzt noch mal sehen. Mal kurz im Kopf sortieren. Man bekommt hier ein siebensitziges Auto mit durchaus brauchbaren Platzverhältnissen, auch ganz hinten, riesengroßen Panorama-Glass-Skibedach, Sitzheizung und Sitzlüftung, nicht nur für Fahrer und Beifahrer, sondern auch in der zweiten Reihe Sitzmassage vorne und durchaus brauchbaren Assistenten in Form eines Querverkehrswarners, Rotwinkelassistent und Spurverlassenswarner. Was fehlt, ist noch eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, wie ich finde. Wir haben eine ordentliche Verarbeitung und, ich sage es noch mal, viel Platz, ein brauchbares Fahrwerk und einen ganz guten Antrieb zum Preis von 30.995 Euro. Was bekommt man denn, wenn man einen Siebensitzer sucht und in den Gebrauchtwagenbörsen so sich herumtreibt für dieses Geld? Seat Alhambra Diesel mit 120.000 Kilometern, einen Charan Benziner habe ich auch gefunden mit 60.000 Kilometern. Dann gibt es auch noch kleinere Vans wie den Turan, drei, vier Jahre alt, oder einen C4, Grand C4 von Citroën. Die sind aber deutlich kleiner als der Forcing4U Tour. Also schon echt ein Kampfpreisangebot in einem Markt, in dem er dann fast alleine unterwegs ist mittlerweile, weil viele andere Hersteller das Wellensegment aufgegeben haben oder aufgeben. Und trotz dieser Sitzkonfiguration, man könnte jetzt ja sagen, ach, der ist jetzt doch zu nobel ausgestattet. Warum denn nicht einfach einen normalen Siebensitzer mit ein bisschen weniger Schischi und dann noch günstiger? Klar, das wäre natürlich schön. Ihr könnt mir den auch so für 25.000, 26.000 Euro vorstellen. Aber wenn ich jetzt zwei Kinder habe, die freuen sich natürlich dann auch über die Sitze hinten. Dann kann ich die dritte Bank umlegen, habe trotzdem viel Kofferraum für die Hundebox, für Gepäck, wie auch immer. Und habe die Sitze eben, wenn mal Freunde oder die Großeltern mitfahren, um dann hier mehr Personen zu transportieren. Also echt ein ganz rundes Angebot, das aber auch Schattenseiten hat. Und zwar ist das der hohe Benzinverbrauch und das schlecht klingende Lautsprechersystem. Die Connectivity ist auch nicht ideal. Man muss halt dann so eine App runterladen, um Smartphone-Inhalte zu nutzen. Aber das ist natürlich dann auch je nach Gusto eben eine Vorliebe mit Apple CarPlayer und Android Auto, das hier so nicht direkt integrierbar ist. Der Importeur für den 144U Tour hat 180 Händler in Deutschland. Da soll es ihn dann bald vielleicht auch überall zu kaufen geben. Drei Jahre Neuwagen, Garantie, sollen auch Bedenken nehmen. Und ja, vielleicht findet ja der ein oder andere von euch mal die Möglichkeit, das Auto Probe zu fahren. Ich freue mich jetzt schon auf eure Kommentare, lese sie alle und antworte auf viel. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Mehr zum Auto gibt es wie immer auf der Website autonotizen.de. Das verlinke ich unten genauso wie den Link zur YouTube-Playlist für alle Autos made in China hier bei YouTube. Vielen Dank fürs Zusehen und danke an den Andi fürs Filmen. Bis bald. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.